Hallo und herzlich willkommen bei Buch im Süden. Mein Name ist Beate Hiller. Ich habe heute das neue Buch von Alex Capu dabei, Susanna. Capu kennen Sie sicher alle von Leon Luiz, er ist ja einer der großen Schriftsteller hier in Europa. Diesmal geht es um Susanna, eine junge Frau, die im 19. Jahrhundert geboren wird in der Schweiz. Ihre Eltern trennen sich und sie geht mit ihrer Mutter nach New York, finden dort ein neues Zuhause. Und schon in jungen Jahren finden die Eltern heraus, dass Susanna von Fotos wunderbare Porträts malen kann. Sie wird ihr Leben lang damit auch wirklich gut zurechtkommen und keinen Ernährer brauchen. Also eine ungewöhnliche junge Frau im Amerika des beginnenden 20. Jahrhunderts. Wie das dazu kommt, dass Susanna am Schluss im Zelt von dem Sioux-Häuptling, wie heißt er denn nochmal? Moment, ich muss mal kurz schauen. Sitting Bull sitzt. Das müssen Sie unbedingt lesen. Großartig!